Yo Leute! Herzlich Willkommen zu Need for Speed Porsche! Eigentlich wollte ich hier gar nicht mehr so groß Zeit reinstecken, aber... Achso, ja, Werksfahrer mehr abgeschlossen. Evolution habe ich mich verklickt. Ich habe voll Bock Porsche zu fahren und da bietet sich das ja an hier mit dem moderner Club, ne? Wobei, Golden Club fehlt mir auch noch ein bisschen was, ja? Eieieieiei. Ja, eigentlich nur Geld verdienen, aber gut. Valley Westeuropa. Was muss man denn fahren hier? Level 9. Ach, alle möglichen Modelle vor 1980. Okay. Haben wir da ein Pedo. Ach, du Scheiße. Nichts. Doch, aber ja. Was geben denn die Gebrauchtwagen so her? Sieht da ähnlich aus, ne? Moby Dick könnte man wohl fahren. Habe ich den nicht mehr? Doch, oder? Eigentlich. So. Jetzt müssen wir wieder Übersicht kriegen, ja? Kleiner Tipp für andere, die das auch spielen wollen. Ähm, im Rennen damit die tollen Texturen da gewählt werden, sodass das alles schicke ist. Äh, Kompatibilitätsmodels auf Windows Vista stellen. Aber bitte nicht wie im PC Gaming Wiki beschrieben ist, äh, administrative Rechte da mit Nachfrage geben. Das ist Bullshit, dann funktioniert das Lenkrad nämlich nicht mehr bei mir. Auf Windows 8. Beziehungsweise 8.1. So, genug gefasert. Jetzt geht hier die Posts ab. Aber so richtig. Mann, gerade mit dem Wagen. Yeah. Ich spiele das jetzt übrigens in Direct3D. 32 Bit. 3, 2, 1, los! Pech, hab euch die verkehrten Reifen jetzt drauf, aber gut. Bei dem, was die da fahren, ist das glaube ich alles nicht so schlimm. Scheißegal. Ja, ist ja niedlich da. Dann RS 3.7 da hier. Carrera 9.11. Ich muss mal ein bisschen Dampf machen hier. Ich muss mal ein bisschen Dampf machen hier. Ich kann's noch. Ach, jetzt nicht mehr. Aber ich wollte dir mal zeigen, das sieht dann halt alles schön scharf aus. Und das macht mit dem Kompatibilitätsmodus auch Windows Vista. So ungefähr habe ich das eigentlich auch mal auf einer RTE Rage für Remax gespielt damals. Da sah das tippitoppi aus. Ja. 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 Aber es geht noch! oh yeah ja querfeld ein hier scheißegal das geht schon können alle mal mit dem auspuff schnuppern ja läuft dann kriegen wir noch locker vier strecken in einer folge unter du bist auf dem ersten platz du führst die Turnierkabelle an war jetzt nicht so der Rekord aber naja gut man muss ja nicht mal komplett alles absahnen aber erstmal wieder an das Menü klar komm hier junge 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 ja es ist dezent etwas altbacken ich habe mal eine Show gedacht ich müsste mal die Musik ein bisschen lauter machen ne gerade das wäre ganz nice eigentlich ach so können wir damit wohl leben ja da habe ich da eigentlich besser so keine Regenreifen drauf ne was habe ich denn überhaupt drauf hier Slicks ach du scheiße oder konnte man den sogar glaube ich nur mit Slicks fahren ne Slicks oder Regenreifen ja gut und die Regenreifen die muss ich mir wohl mal holen weil ich die immer noch nicht habe na gut ja das geht schon klar bei der Strecke kann man mal machen ah nur ne böses ich hab die nicht mehr so gut drauf hier war noch nie so bei meiner strecken 3 2 1 los ist eigentlich keine Scheinwerfer doch verkehrte Tasten ist klar falls ihr jetzt bei diesem Clubrennen nämlich doch wieder verkehr kommt dann könnt ihr mich besser sehen oh shit 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 das hab ich ja fast geahnt ja komm jetzt zurück oder keine ahnung was los hier total schaden scheiße oh ich mag diese Strecke nicht ne das wird teuer wenn ich Pech hab schneide ich jetzt nicht mehr so gut ab ich hätte da eben links fahren müssen so wie die auch gerade fahren jetzt hab ich hier die große A-Karte jetzt wird das eine Sprott nur mal mit dem Force Feedback ach du scheiße haha herzlich willkommen zu Let's Fail oh man Let's Fail Need for Speed Porsche so sieht das aus hier oh 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 ich bin trotzdem noch recht weit vorne ne ja das liegt wohl an den Wagen ne ja schon krasse Module Kiste unterm Arsch gib ihm nochmal einen mit damit es richtig teuer wird wir gönnen uns das heute mal aber weil es Spaß macht da ist Spaß in der Bude ja gucken was wir noch schaffen hier wenigstens Podestposition so dritten Platz na komm das kriegen wir nach hinten oder Strecke ist aber auch ätzend ja komm den 914er dann ziehen wir weg hier das ist ja wohl kein Ding oh ne 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 oh scheiße ach komm schon ey das ist doch zum kotzen oh man das tut weh ah komm rum komm rum komm rum ey ich weiß ich fahr zu unvorsichtig naja gut bei der Woche auch kein Wunder da haste Laune da haste Laune du bist auf dem fünften Platz du bist auf dem fünften Platz naja gut in der Gesamtwertung bin ich da noch nicht so abgerutscht ne das geht das geht alles noch für das Turnier hier aber jetzt kommen die Reparaturen das wird Aua machen das geht aufs Popmonet Aua schöne Minuskruste aber sie wird aber gut mit der�iere das geht auch mit Schlicks eigentlich ne da kann man auch Schlicks voran das geht wohl die strecke kann ich auch da geht es die post ab hier rückwärts aber für sich eigentlich das geht sogar ohne schäden cool läuft doch haben wir bloß nicht hinten drauf ich sehe nicht ganz genau was du da machst im drückspiegel ich bin auch schon länger nicht mehr gefahren hier das spiel ich erstmal wieder rein fühlen auch wenn die ganzen unterschiedlichen porsche sich auch unterschiedlich anfühlen und fahren nein oh scheiße kacke das ist aber böse hier das ist ja echt verkackrunde hier oder was naja muss auch mal sein mal gespannt sein wie ich das wieder aus bügeln kann ob ich das aus bügeln kann runter von der straße ja wenigstens kriege ich meinen ersten platz immer hin das war schon mal besser wie eben gerade ich sollte mein lenkrad auch mal festmachen richtig festmachen das ist mir schon mal passiert ist mir das auf den schoß gefallen du bist auf den ich leider nicht gecaptured das war auch eine action passiert das war keine kunst anscheinend wie man sieht die turniertabelle anzuführen oh weia das ist teuer korsika flachkörper machen das machen wir noch und dann danach beenden wir diese folge ich dürfte zeitlich gut hinkommen 3 2 1 1 2 1 2 2 3 3 3 4 5 6 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 9 9 10 11 11 11 12 13 15 15 16 16 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020